Ich habe den Slippen getroffen und den Namen kann man einfach machen. Ich habe denulachen. Wir haben 8 Bieler mit 10 Charaktionen. Nein, das ist dumm. Mit 10.5. Nein. Und nein. Ja, und nein. Oh, ich liebe das. Das ist ja nur einer. Hat er Pieps genommen und Pieps nimmt ja Dennis auf. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Du hast es nicht gehabt, okay? Ja. Oh doch, jetzt wird das erstmal gegen Konati. Okay, dann hält's. Auf die 10. Auf die 10. Auf die 9. Wir haben eine Klasse drive. Hier, zu sehen. So sieht es ein bisschen anders aus. Ist die Brawl minus. Ich kann es nicht. 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 Ich kann es nicht gemalt. Also so wie dieses... Fox-Mean. Awful drawing Fox. Ah, ja. Einfach selber zeigen die Stocks. Einfach immer generell die Prozente immer selber hinmalen. Und so. Wenn wir wegstrichen. Eigentlich gar nicht die Stocks einzeichnen. Aber für jeden Verlorenen, wenn ein paar in real time einen Toten kommen. Vor allem in der Wachter. Wo sind wir? Ich habe zwei Chancen. Das Businessman. Oh, nice. So gut. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja. Es scheint, wie... Es scheint, wie... Die Beobachtung ist, wie es ist. Es ist so cool. Ja. Oder anstatt Prozente einfach mal so einen Strich machen pro Hit. Ja. Für jeden Prozent ein Strich. Wie viele Prozent ist das? Ist das eine Combo, wenn man nicht hinterher kommt mit dem Strich? Ja. Oder so ein Heartbeat. Wenn man auch beim Heartbeat sind. Prozent sein. Ja. Vielleicht kann ich auch zum Beispiel die Inputs anzeigen lassen. Oder sowas. Ist ja auch möglich. Ja. Wollen wir eine Statistik posten nach Spieler, wer die meistens Inputs macht. Ja. Ja. Man kann ja alles da... Ja. Das ist ja schon alles dann vorne. Man muss halt nicht jeden Frame analysieren. Sondern das wird ja... ...von den Marktführer gemacht. Der das aufnimmt. Die BBC hat das doch irgendwie... ...dass die das nach dem Match mal eingebreden. Ich glaub das war... ...nicht BBC, sondern... Ist das der auch wirklich so was gemacht? Ne, aber ich hab das schon mal gemacht. Aber nach einer von den... ...dependencies äh... ...änderungen... ...ist das halt irgendwie ganz anders geworden. Ah. Ja. 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 Das ist halt irgendwie das Schlimme bei sowas. Wenn die halt irgendwie Stats ändern werden. Ändern oder was. Wie das dann... ...kompliert wird. Einer hat ja auch mal gemacht, dass man... ...wenn gewobbelt wird, dass dann so... ...ne Oberfläche da drauf gemacht wird. Hm. Wenn die Wobbel eine lade, oder wie sie was... Ja, da... ...wenn... ...wenn die Wobbel. Auch da... ...wenn die Wobbel in der war. Das ist eine große Rolle. Das ist eine große Rolle. Haben Sie Pizza, Schädling und sie Klaue. Das ist so cool. Ja, ich werde ein bisschen. Wenn ich live... Ich kann es auch mal ein bisschen. Ich habe eine Schraubschie. Wer ist der eine andere? Danke. Ich habe einen Schraubschirm. Das war's. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Still in минимум. Das war's für heute. Ich glaube, dercc survived. Decides beim Thema. Aber um hetmanlic Kohler zu stellen. Ich glaube das war's für heute. Das ist ja so... Vielleicht wird es mir nicht mehr gut verletzt. Vielleicht wird es wirklich gut verletzt. Vielleicht wird es nicht mehr gut verletzt. Ich glaube nicht mehr gut. Das ist wie wir es benutzt, wenn wir die Nintendo-Diosen spielen. Ja, ich weiß nicht. Und du hast immer noch mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr. Bitte verletzt, bitte verletzt. Nein, du hast nicht mehr mit dem Spiel. Warum hat der Mann nicht mehr so... Aber die Ate ist so strong vorhin, okay. Sein Tennis Emote. Spam das Bulle to help Ullo. Bulle? Bulle to help Ullo. Ucci-Autsch. Outtime. Ucci-Autsch. 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 Ucci-Autsch.